Denkt daran, ihr dürft beim Eindringen in das Gebäude nicht entdeckt werden. Nutzt eure Glasfaser-Kameras, um die Wachen zu orten und euch fortzubewegen, ohne dass sie euch sehen. Hey, hast du Feuer? Nein. Bist du sicher? Ja. Ich habe gesehen, wie du dir draussen eine Zigarette angezündet hast. War ich nicht. Natürlich warst du das. Ich kenne dich seit sechs Jahren. Pass auf, ich habe keine Lust mehr, dauernd mein Feuerzeug zu verlieren. Frag jemand anders. Warte nur, bis du dir wieder eine Zigarette von mir schnorren willst. Dann lag du, bis du wieder. Wie Du wirst. Ich denke, wie du das Auto genutzt hast. Wenn du neigst. Ich verstehe das hier. Ich verstehe das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Наверное, это ветер или что-нибудь еще. Эй, это ты! Чертовы крысы, они продолжают шуметь! Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich kann mich nicht mehr sagen. Ich habe etwas gehört. Okay. Was war das? Ist da jemand? Nichts. Ich bilde mir schon wieder Sachen ein. Glaubst du, wir werden gewarnt bevor der Plan in die Tat umgesetzt wird? Ich möchte meine Familie benachrichtigen, damit sie dich in Sicherheit bringen kann. Was? Was um das heißen, du glaubst? Die sollten uns warnen. Das wäre ja sonst unethisch. Unethisch. Unethisch? Die ganze Organisation? Schörte Krise! Sie sind immer schummiert! Na ja, ich glaube trotzdem, dass sie uns warnen. Hoffentlich hast du recht. Hoffentlich hast du recht. ... ... ... ... Achtung! Puh, ist das kalt. Da, man sollte meinen, dass Sie wenigstens die Heizung aufdrehen, wenn wir heute alle hier sind. Ganz meine Meinung. Meine Hände sind schon fast erfroren. Hoffentlich versucht hier niemand einzubrechen. Ich glaube nicht, dass ich mit diesen Fingern den Abzug bedienen könnte. Wir könnten ja auch Eis zapfen auf die Eindringen. Hey, was ist das? Wahrscheinlich ist das Wetter, oder was noch etwas anderes. Warum wollten die eigentlich, dass heute alle anwesend sind? Ganz schon viel Trara, nur um ein Lager zu bewachen. Was? Du weißt gar nicht, dass eine Sonderlieferung angekommen ist? Welche Lieferung? Nein, wovon redest du? Also, wenn du nichts weißt, ich darf es dir nicht sagen. Jetzt komm schon, mir kannst du es sagen. Nö. Sieht so aus, als ob du nur das wissen sollst, was du wissen sollst. Ah, ich verstehe. Du weißt auch von nichts. Also musst du es nicht wissen. Solltest du nicht die Lüftungsöffnungen bewachen? Hey, Hey, das ist du! Scheiße, grüße! Sie werden schummelt! Das war's für heute. 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 Wir machen euch fertig. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Achtung! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.